Servus und herzlich willkommen zum Sport 2000 Skitest in Seefeld. Wir haben hier perfekte Bedingungen, um die Produktneuheiten zu testen. Gemeinsam mit unseren Skihändlern und den Industriepartnern zeigen wir euch einmal, wie wir das machen. Für mich ist der Sport 2000 Skitest extrem wichtig, um die ganzen Skimarken, die ganzen Modelle durchzufahren, um Einkaufsentscheidungen zu treffen für die nächste Saison. Händleraustausch, es sind wahnsinnig schöne und tolle Gespräche mit den Händlerkollegen möglich und natürlich ein bisschen beisammensitzen bei einem Glas Bier kommt natürlich auch nicht zu kurz. Also für mich zeichnet dieses Event ganz klar aus, dass es eine wahnsinnig tolle Möglichkeit ist, alle Neuheiten zu testen. Die komplette Industrie ist da, wir können die Skitesten nach Lust und Laune, wir können uns für den Einkauf perfekt vorbereiten. Für mich ist der Austausch mit den Marken und Händlern hier sehr wichtig und auch gute Kommunikation, wo man das ein oder andere Detail doch noch mehr erfährt und auch dementsprechend Feedback zu den einzelnen Ski geben kann. Auf diesen Events bin ich sehr, sehr regelmäßig, weil nur so kann ich meine Kunden 100% beraten und auch für mich eine Übersicht über den ganzen Markt bekommen. Musik Musik Wir haben hier perfekte Bedingungen vorgefunden, viele spannende Neuheiten für die kommende Saison getestet. Vielen Dank an alle Beteiligten, die dabei gewesen sind und uns unterstützt haben. Wir freuen uns aufs nächste Jahr. Musik 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 Musik